Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch heute, wie ihr schnell und unkompliziert ein Nutzerkonto bei XPECT anlegt und wie einfach man Geld aufs Konto einzahlt und eine erste Wette platziert. Nutzt unser Vergleichsportal www.sportwettenvergleich.net und ihr werdet direkt auf den Internetauftritt des jeweiligen Wettanbieters, in unserem Fall heute also, auf die Startseite von XPECT weitergeleitet. Das Erstellen eines eigenen Nutzerkontos verläuft sehr schnell und simpel. Klickt einfach auf den Button Jetzt registrieren, der euch auf der Startseite ziemlich mittig angezeigt wird und beginnt mit dem Registrierungsvorgang. In dem sich nun öffnenden Formular tragt ihr unter anderem eure persönlichen Daten, wie zum Beispiel eure Adresse oder euer Geburtsdatum ein, wählt einen Benutzernamen und ein Passwort aus und schließt den Anmeldevorgang durch Akzeptieren der AGB ab. Wie ihr seht, gratuliert man uns bereits jetzt zum erfolgreichen Erstellen unseres Kontos. Was nun noch fehlt, ist ein Guthaben auf unserem Konto, um die erste Wette zu platzieren. Deshalb geht es im nächsten Schritt direkt daran, erstmalig Geld auf unser Konto einzuzahlen. Hierfür steht uns eine große Palette unterschiedlichster Zahlungsdienstleister, wie zum Beispiel Kreditkartenzahlung, Banküberweisung, elektronische Geldbörsen oder aber weitere Zahlungsmethoden zur Verfügung. Sehr schön ist die Übersicht, die ihr euch hier unten aufrufen könnt. Hier könnt ihr erkennen, ob etwa eine Gebühr bei eurer Einzahlung anfällt und wann das von euch eingezahlte Guthaben zur Verfügung steht. Wie ihr seht, steht der von euch eingezahlte Betrag bei einer gewöhnlichen Banküberweisung in der Regel erst nach drei bis sechs Tagen zur Verfügung. Ich werde nun 10 Euro mit Hilfe meiner Kreditkarte auf das Konto einzahlen. Nach erfolgreicher Einzahlung steht uns das Guthaben sofort zur Verfügung und wir können uns direkt auf die Suche nach einer interessanten Wette machen. Dafür gibt es nun sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten. So können wir zum Beispiel die Suchleiste hier oben benutzen oder aber, wie ich euch nun zeigen möchte, die Auswahlleiste auf der linken Seite. Hier sind jetzt verschiedene Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, Tennis, Basketball, Radsport und viele mehr aufgelistet und ihr habt die Möglichkeit, euch Wetten sortiert nach diesen einzelnen Kategorien anzeigen zu lassen. Sehr beliebt sind natürlich die Fußballwetten, wo wir nun auch mal reinschauen möchten und wir lassen uns mal die Spiele der ersten Fußball-Bundesliga vom kommenden Wochenende anzeigen. Diese werden mir nun hier aufgelistet und ich habe die Möglichkeit, mir in aller Ruhe eine interessante Paarung herauszusuchen. Zum Beispiel hier SC Paderborn gegen SC Freiburg. Ich habe die Möglichkeit, auf einen Heimsieg, auf einen Unschieden oder auf einen Auswärtssieg zu wetten. Daneben stehen jedoch noch zahlreiche Zusatzwetten zur Verfügung, die man sich über einen Klick auf die kleine Zahl am Ende der Paarung anzeigen lassen kann. Schauen wir auch hier mal gemeinsam hinein. So, und wie ihr hier seht, habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, auf die Anzahl der erzielten Tore zu wetten oder aber auf ein bestimmtes Spielergebnis zu wetten und und und. Ich persönlich entscheide mich jedoch für einen Heimsieg von Paderborn, gehe deshalb zurück nach hier oben und wähle das entsprechende Spielergebnis hier aus. Auf der rechten Seite wird mir nun direkt mein aktualisierter Wettschein angezeigt und wir sehen meine gerade ausgewählte Paarung Paderborn gegen Freiburg. Außerdem habe ich hier die Möglichkeit, den Einsatz festzulegen, zum Beispiel 2 Euro. Und für den Fall, dass ich auf mehr als ein Spiel wette, kann ich hier auch eine Kombi-Wette auswählen. Ja, um meinen Wettschein nun abgeben, kann ich durch klicken des Buttons Wette platzieren. Und wie ihr seht, es dauert nicht mal eine Sekunde und mir wird bestätigt, dass meine Wette angenommen wurde. Es ist also kinderleicht, eine Wette bei EXPECT zu platzieren. Daneben werden jedoch nicht nur klassische Sportwetten angeboten, sondern euch stehen zum Beispiel auch ein Live-Wettenbereich zur Verfügung, den ich euch noch kurz zeigen möchte, ein Casino-Bereich und sogar ein Casino-Bereich mit Live-Dealern. Ja, ich hoffe, ihr habt einen kurzen Einblick in die Möglichkeiten von EXPECT bekommen. Wenn ihr den Wettanbieter gleich selbst ausprobieren möchtet, klickt einfach auf den folgenden Link. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß dabei. Klicken Sie auf das Logo im Bild, um zum Wettanbieter zu kommen.